Geheimlevel. Die Kreuzung. Aha. Augenblicke später, als die verbündeten Blutelfen und Naga in die Seitengästchen von Dalaran hineinschwärmen. Geheimlevel. Ist das das, was wir freigeschaltet haben vorhin? Hm. Na mal gucken. Rasch, meine Brüder. Nehmt die Position ein. Garithors Truppen werden jeden Moment hier sein. Wir haben das Portal erreicht, Geheim. Nun versuchen wir es zu öffnen. Prinz Kel, die anderen Baumeister und ich haben die Verteidigungsanlagen von Dalaran mitkonstruiert. Wir könnten Material aus diesen Ruinen bergen und die Verteidigungstürme errichten, die ihr braucht. Welch frohe Kunde. Dann macht euch an die Arbeit. Verfluchte Elfen. Ich wusste, sie würden so etwas versuchen. Vergesst die Vermaledeiten-Türme. Ich wünsche, dass das Portal zerstört wird. Diese Verräter werden nicht entkommen. Benutzt diesen Sprengstoff beim Portal. Wer immer das Portal zerstört, wird als Held gefeiert. Wir haben es geschafft. Das Portal ist offen. Der Exodus kann begehen. Gut gemacht, Rasch. Wenn wir weitere strategische Türme bauen, können wir Garithors Streitmacht so lange aufhalten, bis unsere Leute in Sicherheit sind. Hoffentlich habt ihr recht. Wenn das Portal fällt, sterben wir alle. Okay, das heißt, das ist quasi eine Tower-Defense, oder? Das ist hier Garithons Lager. Okay, wir sind hier oben. Energieturm errichten, Felsenturm. Der macht Land anhalten, der macht Land und Luft. Okay, da baue ich erstmal ein paar davon noch. Ah, okay. Also die kommen hier lang. Dann baue ich mal... Bauen wir da mal hin. Was soll ich da? Bauen wir da noch einen hin? Achso, die bauen sich nicht von Laie, ne? Ah, warte. Kann man doch upgraden und diesen Zauber-Immun. Warnung. Eine neue Welle von Kreaturen wurde aufgeschickt. Okay. Portal leben 100%, restliche Wellen 29. Okay. Da bin ich mal gespannt. Wie kriegt man denn hier Ressourcen? Die dürfen nicht hier runterkommen. Die laufen... Aber die können ja auch hier links vorbei, oder? Also bis jetzt laufen sie halt nur hier rechts lang. Ja, ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Wir haben ja auch noch Helden. Die können ja auch noch ein bisschen mitkämpfen. Greifen die auch die Türme eigentlich an? Dann noch hier den Eisfall anmachen. Okay, die greifen also nicht an. Vielleicht baue ich mal noch ein paar mehr Türmchen hier hin. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich denn hier jetzt eigentlich Ressourcen? Ein Rathaus. Hier ist ein Dingens. Okay, also ich kriege... Oh, scheiße. Das ist dann durchgekommen. Das ist sehr, sehr schlecht. Warte mal. Ich... Fix hier neun Typen ran und schaffen. Also hier hinten noch was kleines bauen, weißt du? Okay, der läuft jetzt hier lang. Also die bleiben hier auf dem Pfad, hoffe ich mal. Das heißt, der kommt dann hier oben durch. Ja gut. Dann... Genau, wir arbeiten dran. Wir bauen mal hier einen Turm hin. So, da so hin. Gucken, ob das funktioniert. Dann nochmal einen hin. Ei, 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 ei. Tower Defense habe ich früher voll oft gespielt. Die Good Old Times. So. Wir kriegen Gold automatisch über diese... Also über das Töten von den Gegnern. Da kommt aber einiges durch hier. Hm. Der kann sich mal hier hinstellen. Oh, die schießen aber echt langsam, die Kack-Türme, ey. Kommt da Mist. Oh, 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 oh. Nein, die kommen durch. Ah, okay. Die machen nur ein bisschen Schaden. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie. Mal, hier ist noch eine Arbeiter. Wir bauen einfach... Können auch mal upgraden, ne? Was kostet das hier? 20. Da kommen so. Oh Gott, das dauert aber lange. Oh, scheiße. Sterbt. Ja, ich glaube, upgraden ist besser als Masse bauen. Bin mir nicht ganz sicher. So. Einer ist durchgekommen. Ja. Also ich denke, ich denke mal, wir werden hier mehr upgraden müssen. Wo ist denn der Typ da? Ähm, da machen wir hier nochmal ein paar hin. Ein paar von denen haben, weißt du, weil die... Falls man in eine Airwave kommt. Ich weiß es nicht. Okay, da kommen wir von halten. Aber, ah, die folgen auch dem Pfarr. Das ist ja nett. Echt dumm von denen, dass die das tun. Aber es ist wirklich sehr, sehr freundlich. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Äh, warte mal. Ich muss hier mal... Was wollt ihr? Ja, ja, ich bin schon dran. Einem Elf wäre was besser. Oh, scheiße. Das ist sehr, sehr ungünstig. Warte mal. Ich, äh, bauen wir hier noch ein paar Tümpchen hin. So, lalala. Hm, hm, hm. Das ist gar nicht gut. Äh, die Airwaves sind immer zu stark. Bei allen Tower Defense, die Airwaves sind immer viel zu krass. Voll doof eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ah, aua. Es tut echt weh, aber beim Zugruppe schon. Von hinten. So. Ah. Flammenturm. Cool. Land und Duftanheiten. Warte mal, dann baue ich noch den direkt. Äh, warte mal, dann... Wo haben wir denn den Arbeiter hin? Da ist er. Flammenturm. 150. Das war teuer. Machen wir da einen hin. Und... Ah, da liegt Gold rum. Unser Wille geschehen. Oh, 200 Gold. Wett. Oh Gott. Aber wir haben ja jetzt hinten auch noch ein bisschen Dev gebaut. Das müsste eigentlich ganz gut passen. Ich hoffe es mal. Schauen wir mal. Ah, der... Der macht hier gut, äh... Aue-E-Schaden auch, ne? Arbeit ist voll brav. Ihr unterbrecht meine Berechnung. So, hier nochmal. Das steht nicht in der Blaupause. Arbeit ist voll brav. Da machen wir nächstes Mal eine kleine Upgrade-Runde. Also die sind Stufe 1, ne? Die machen 14 bis 19. Und der macht... Arbeit ist voll brav. Ah, ein bisschen mehr. Schießt schneller. Arbeit ist voll brav. Nö, gleich schnell. Na gut. Arbeit ist voll brav. Wird vor allem hier oben mal upgraden. Schneller, schneller, schneller. Was? Schon wieder wieder durchgekommen? Kann ich das eigentlich reparieren? Das geht. Ah, schade. Hätte ja klappen können, ne? Naja, die Sterben aber gut ist hier. Wunderbar. Ich create das erstmal hier alle ab. Ich will die erstmal alle auf Stufe 2 haben. So. Die hier auch. Und die sind schon Stufe 2, ne? Genau. So. Dann können wir ja im Prinzip... Ähm... Arbeiter da. Was wollt ihr? Äh, b-b-b-b-bam. Wir bauen einfach nochmal von denen hier. Die finde ich echt cool. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Ein Hilt. Okay. Alter. Ja, los, stirbt Paladin. Oh man, die Ritter kommen echt alle durch, ey. Kacke. Nein, 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 so nicht. Ähm. Ja, ja, ich bin schon da. Wie konnte das nur geniedigt werden? 23 Wellen noch, Freunde. Das wird richtig eng, ey. Das Portal ist schon über Hälfte. Vielleicht haben wir Glück und das lädt sich nochmal zwischendurch irgendwie auf. Durch irgendeinen Zauber oder so. Ich weiß es nicht. Oh man, oh man, oh man, oh man. Los, stirb! Nein! Wir bräuchten einen Slow Tower. Boah, scheiße. Guck mal, da liegt noch ein bisschen Gold drum, das hole ich mir mal eben. Na los. So, da nochmal. So, was baue ich jetzt? Ja, ich baue einfach noch mehr von denen. Die finde ich eigentlich am coolsten und die greifen auch eher an. Aber die machen keinen Splash-Damage, oder? Oder nur ganz, ganz wenig. Aber die sterben diesmal halbwegs. Hm. Mal gucken. Na doch, das sollte man aber hinkriegen. Das sieht ganz gut aus. Das schlägt nicht in der Blau auf. Arbeit ist voll brav. Ja, wunderbar. Kein Problem. Äh, legt noch mal Gold drum? Vielleicht? Arbeit ist voll brav. Nee, schade. Okay. Na los. Panzer. Verstärkte Rüstung. Scheiße. Ach, noch Stichschaden, die Türme. Ich gehe kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, warte mal. Ich ratze da mal so ein Ding rein. Es soll geschehen. Aber es war klar. Unser Wille geschehen. Ja, naja. Ist ganz okay gewesen. Vielleicht nochmal machen, oder? Geh nochmal rein. So. Boom. Ja doch, das läuft. So, upgraden. Nein, nein, nein. So nicht. Doch, doch, doch. Genau so. Warte mal. Mal hier nochmal. Die Türme hin. Die Pläne für diesen neuen Turm sind fertig. Oh. Ja, ein Kälteturm. Ein Kälteturm. Wir müssen ein bisschen strategisch spazieren. Einer hier. Einer hier. Und dann ruppen wir hier mal den hier weg. Kann ich die wegruppen? Ja gut, ich kann sie angreifen, ne? Arbeit ist voll brav. Ein bisschen Kälte verteilt, weißt du? Schnell mal upgraden. Mein Volk muss gerecht werden. Ausbau abgeschlossen. So. Äh, genau. Dann nochmal hier ein Kälteturm hin. Ah ja, die Sloan. Wunderbar. Die Sloan doch auch eh. Wurde nur Single Target. Ah, die Sloan nur Single Target. Das ist natürlich doof. Hm. Scheiße. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Darsu, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, Kiko auch noch eingebrauchen, ne? Na da so hin. Ähm. Upgrade kostet 60. Ja, das geht. Macht der eigentlich auch Schaden? 17 bis 20 Magie Schaden. Ja, okay. Arbeiten ist voll brav. Nein, 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 so nicht. Lass mich mal. Passt halt recht viel, aber naja. Das steht nicht noch mal ein Hin. Schade, ne? Das ist nur Single Target Sloan. Bei den Tower Defense, äh, gibt ja diese, diese ganzen Fun Maps, ne? Die meisten dürfte, dass er noch kennt von früher. Äh, das Sloan diese Slow Tower hat immer richtig viel auf einmal. Das ist voll geil. Oh, der dicke Ritter hier. Alter. Aber da kriegt trotzdem gut aufs Maul. Ja, genau, stirb. Einfach sterben gehen. So. Machen wir hier nochmal einen hin. Und dann machen wir hier nochmal so einen hin. Auf allem das Schöne ist, bei diesen Slow Towern, ähm, dann stacken die Gegner so ein bisschen ineinander, ne? Und, äh, die Tower hier, äh, warte, die hier, die machen ja AOE-Schaden. Wo klemmst denn? Das heißt, die treffen dann ganz viele und sollten eigentlich die Gegner platt machen. Ich hoffe es jedenfalls. Sehr gut. So. Auch nochmal upgraden hier. Oh Gott. Los, stirb. Nein, er kam durch. Ja, ich brauche hier auch nochmal einen Frost Tower. Ähm, da einer hin. Und dann nochmal hier einer hin. Ja, ja, ich bin schon dran. Arbeit ist vollbraten. So, der Rest ist alles schon abgegradet hier. Abgegradet, genau. Und dann machen wir einen Frost Tower hin. So, upgraden. Alles schön upgraden immer. So, und dann kommen hier nochmal ein paar Feuer Tower hin. Was? Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Portal hat da 43%. Ah, los. Ja, genau. Sterbt alle. Die Feuertausen sind echt cool aus, ne? Diese dicken Flammen, die da rauskommen. Mega cool. Arbeit ist vollbraten. Ein bisschen was kommt durch, aber das sieht eigentlich noch halbwegs gesund aus. So, dann bauen wir hier nochmal so einen hin. Und hier einfach nochmal ein paar von denen. In dem dicken AOE-Schaden. So. Upgraden. Die sind alle. Ja, genau. Die müssen noch upgraden hier. Den hier auch noch. In dem Sinne kommt es nicht mal allzu viel an. Gott sei Dank. Und nach der Welle mache ich einen ganz kurzen Break. Damit wir die Folge abschließen können. Nicht so komisch einen Cut haben dann. Und das hat wieder geschehen. Aber wie viel Schaden machen, die die machen? 45 bis 60. Ja gut, das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich. Die droppen auch noch Einheiten auf dem Boden. Na gut, aber die Halbwegen sind echt nix aus. Okay, die sind wesentlich einfacher hier. Bam, babam. Ja, sterbt alle. So, genau. Also ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen Break. Ich drücke mal hier drauf wegen der Zeit. Also wegen den Wellen. Und würde ich sagen, bis gleich in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir kriegen das dann durch in der nächsten Folge. 17 Wellen haben wir noch. Oder 16. Ich bin gespannt. Ja, also bis gleich.